Und dann nochmal hier zu den Ward Skins, diesen Skin bekommt ihr im Paket, das heißt der Ward der steht wird die ganze Zeit das machen, die ganze Zeit mit dem Fuß, das Paket kostet 600, dann wird es den Skin noch dazu geben, Mr. Cactus, der einfach nur ein Cactus ist. Und das hier finde ich ganz geil, Wind Dancer, der Skin gefällt mir echt gut, ich weiß es ist eine witzige Idee, irgendwie so einen Skin zu machen und dann gibt es noch den Tier Monster Skin, den bekommt man aber irgendwie nur, wenn man auf die Seite tiermonster.com geht und dort irgendwas macht, das weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall sind das nochmal die neuen Skins, ich hoffe das reicht für euch, also so im Spiel brauche ich dir jetzt nicht zeigen, das reicht wenn ihr die einmal hier seht, ich finde das Wind Ding ist total geil. Der Cactus ist unnötig, finde ich, einfach nur so ein Cactus, weiß ich nicht. Der Fuß ist auch noch ganz cool, das gefällt mir der Anstoß immer am Anfang gleich, wenn du den hinstellst, das sieht ziemlich cool aus. Aber ich weiß nicht, ob das störend ist, wenn der die ganze Zeit das Geräusch macht jetzt bei dem Fußball, ich weiß es nicht. Wird sich rausstellen, bis dahin sage ich Dank für's Zusehen und Tschüss. Und jetzt geht's.